Unsere Heimat, Aschaffenburg, ist eine liebenswerte Stadt und die Region, ein Platz, an dem es sich für alle gut leben lässt. Ein Punkt ist zentral, wenn das auch in den nächsten Jahrzehnten so bleiben soll. Das ist die Frage, wie sich unsere Bildungsstruktur am Untermain weiterentwickelt. Aschaffenburg ist Teil einer Bildungsregion. Wir haben eine moderne Hochschule für angewandte Wissenschaften. Wir haben eine Vielzahl von Schulen. Wir haben eine duale Ausbildung, in die sich Wirtschaft und Handwerk in exzellenter Weise einbringen. Aber die Region muss dafür auch weiter bereit sein, ihren Teil beizutragen. Die CSU Aschaffenburg setzt sich gemeinsam mit mir dafür ein, dass die Bildungseinrichtungen, dass die Strukturen modern gehalten werden, dass dringender Sanierungsbedarf an unseren Schulen abgebaut wird, dass auch die Hochschule, an der wir viel erreichen konnten, in den letzten Jahren weiter gestärkt wird. Wir konnten in den letzten Jahren erreichen, dass eine moderne Wissenschaftstransfereinrichtung, das CEWIS hier am Untermain, installiert wurde. Wir konnten erreichen, dass neue Studiengänge zuletzt der Studiengang von Materialtechnologie unsere Hochschule weitergeführt hat. Aber wir müssen weiter am Ball bleiben, nicht nur in der Hochschule, sondern auch in den anderen Bildungsbereichen. Dafür stehe ich und dafür steht auch meine Partei CSU. Und dafür möchte ich Sie alle, meine Damen und Herren, sehr herzlich um Unterstützung bitten. Das ist die zentrale Frage für eine gute Zukunft hier am Bayerischen Untermain. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.